Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder euer Zedio und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar wie ihr den Lifeguard Blazer in eure Garage reinbekommt und das ganze Fahrzeug auch noch versichern könnt. Den Glitch habe ich beim Löchchen Nummer 1 gesehen, auf jeden Fall mal auschecken, den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Bei dem Glitch hat mir geholfen meine Freundin die liebe Ballerina und die lieben Streitbrüder. Beide Links findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. So, ich erzähle euch jetzt erstmal als allererstes, was ihr für den ganzen Glitch braucht. Als allererstes braucht ihr den Lifeguard Blazer und den findet ihr unten am Strand. Wir haben es jetzt kurz vor 7 Uhr, also kurz nach Sonnenaufgang, spawnt er da unten und da müsst ihr einfach nur ein bisschen rumfahren. Ich zeige euch jetzt gerade mal auf der Karte, ich befinde mich jetzt hier und dort am Strand entlang müsst ihr einfach nur ein bisschen rumfahren und dann irgendwann mal spawnt er. Falls ihr überhaupt gar nicht spawnen sollte, fährt einfach eine große Runde um den Block, also fährt zwei, drei Straßen weiter und dann fährt er wieder dahin und irgendwann mal spawnt er. Wenn es nachts ist, spawnt er leider nicht, deswegen empfehle ich euch das ganze morgens zu machen, weil dort spawnt er auf jeden Fall. Sobald ihr den dann habt, müsst ihr ihn einfach nur in euer eigenes Clubhaus reinfahren. Ganz wichtig ist an der Stelle noch zu sagen, dass euer eigenes Clubhaus eine Werkstatt haben muss und dass diese Garage, nachdem ihr reingefahren seid, voll ist. Ihr braucht dann noch einen Motorroller, also so einen Fatsche-Roller für 5000 Dollar, den ihr danach später ersetzen müsst oder könnt. So, für die Leute, die eigentlich gar nicht wissen, um was es geht, der Money-Clitch, der im Moment aktuell ist, der funktioniert immer noch. Ich haue den Link dazu unten in die Videobeschreibung rein, könnt ihr auch diesen Money-Clitch verwenden. Aber anders wie bei einem Money-Clitch müsst ihr dieses Mal etwas anderes machen. Also ihr braucht jetzt auch wieder einen Freund, der auf die Fahrzeuge drauf schaut, beziehungsweise zwischen Platz 10 und Platz 9 steht. Damit ihr die Autos ein bisschen hin und her schieben könnt, damit es so ein bisschen rumbackt. So. Und nun begebt ihr euch in den blauen Kreis, damit ihr die Stellplätze der Fahrzeuge ändern könnt. Euer Kumpel stellt sich so zwischen Platz 9 und 10 so hin, wie ihr es im Video seht, damit sobald ihr die Fahrzeuge ändert, dass dann dort das ganze Spiel ein bisschen rumglitscht oder rumbackt. Anders wie bei Money-Clitch wollen wir jetzt den Blazer nicht verdoppeln, sondern wir wollen den Fatsche-Roller verdoppelt haben. Also, dass es optisch aussieht, als ob ihr zwei Fatsche-Roller habt. Das müsst ihr halt dann so lange machen, bis dann zweimal dieser Fatsche-Roller dasteht. Oder wenn ihr es halt mit einem anderen Motorrad macht, muss halt zweimal ein anderes Motorrad dastehen. Es darf auf keinen Fall zweimal der Blazer dran stehen. Das müsst ihr halt dann so lange machen, bis es geklappt hat. Sobald ihr das dann gemacht habt, dann begebt ihr euch hier mal zum Stellplatz Nummer 1, wo der Fatsche-Roller steht, den ihr jetzt gleich ersetzen müsst, und steigt mal auf diesen Roller auf. Sobald ihr draufgestiegen seid, drückt ihr das Steuerkreuz nach rechts, um in die Garage reinzufahren und gleichzeitig drei experimenten, damit ihr ja nicht in die Garage reinfährt. Wenn es alles richtig funktioniert hat, müsst ihr jetzt auf Southon San Andreas Super-Autos gehen und nochmal so einen Fatsche-Roller bestellen, weil es einfach das günstigste Motorrad ist fürs Clubhouse. So, danach wählt ihr aus, wo ihr das haben möchtet und geht auf Stellplatz Nummer 1. Jetzt müsst ihr einfach, aber nur nicht bestätigen, ganz wichtig, jetzt steigt ihr einfach wieder auf den Fatsche-Roller auf, drückt einmal die Start-Taste, drückt ein weiteres Mal die Start-Taste und wenn alles richtig geklappt hat, dann geht ihr automatisch in die Garage rein, um das Fahrzeug zu tunen. Jetzt müsst ihr zweimal ganz schnell X bestätigen, dann verschwindet dieser Fatsche-Roller. Dann spawnt ihr hier drin in der Garage, rennt sofort zurück auf Stellplatz Nummer 10, wo der Fatsche-Roller steht, aber eigentlich ein Blazer ist. Dann werdet ihr automatisch, sobald ihr auf dem Motorrad drauf seid, in die Garage so komisch reingeklitscht. Also sieht übelst geil aus. Und dort ist es wichtig, einfach nur unter Schutz vor Diebstahl und Verlust die Vollkaskoversicherung drauf zu machen. Wenn ihr jetzt irgendein Bauteil ändert, dann habt ihr den Blazer verloren, deswegen ist es wichtig, nur die Vollkaskoversicherung drauf zu machen. So, und jetzt seht ihr schon, dass ihr mit dem Roller wieder rausfährt und ihr habt zwei Roller jetzt hier stehen. Jetzt müsst ihr einfach nur noch in den blauen Kreis reinfahren und einmal das Fahrzeug wieder ändern. Und wie ihr seht, habt ihr dann diesen Blazer und diesen Fatsche-Roller. Bäm, so. So, und jetzt geht ihr einfach mal hin zum Kontrollieren, ob auch alles geklappt hat und drückt dann mal die Steuerkreuz-Taste nach unten und wie ihr seht, steht dann dran, versichert. So, jetzt habt ihr diesen Lifeguard Blazer für immer. Das heißt, ihr könnt ihn ganz normal per Mechaniker rufen und wenn ihn irgendwie jemand zerstört oder ihr ihn kaputt fährt, könnt ihr ihn ganz normal über Morse wieder anfordern und habt ihn danach wieder. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy. zu den uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020